Musik Die Gefallenen in der Ischern Musik Wie ist das da mit drin? Es geht los halt nur, ne? Pakete aus der Waffe explodieren frühzeitig je nach Distanz um Ziel Kann sein... Erhöhte Sprengkopfgeschwindigkeit Erhöhte Sprengkopfgeschwindigkeit Sie werden die Seele des Archonpriesters schnell wieder herstellen Wir sollten schnell zu den Höhlen Ich mach's jetzt wieder raus, ja? Ich mach's jetzt mal Ja, das ist ja auch hier. Passwort kann man auch? Ja, das ist ja auch hier. Oh, cute! Ich bin der Papa nicht bei der Klinge. Kann mir nicht sagen, dass hier einer ein Captain steht? Ey, ihr jumpt da durch? Ihr jumpt hier einfach durch und sagt mir nicht, dass da ein Captain steht, ey. Oh, geil. Äh, Langer, was soll das werden? Let's go. Langer, langsam, langsam. Bis dann. Bis dann. Nimmungswege. Ja, gleich. Komm, ich fahre mit meiner Bazooka. Ja, ne, da wollte ich nicht durchfaschen. Langer. Ich will das nicht vorweg. Weiter. Ach, Langer, ey. Du bist da nicht weg. Ich will das nicht vorweg. Ach, Langer, ey. Du bist da nicht weg. Du bist da nicht weg. Nee. Die hat keine Beinchen, oder? Nee. Au, Alter. Lange, warte mal. Wenn die Gefallenen schon die Wechs vertreiben, sind sie auch auf uns gefasst. Lange mach mal deine Bubble rein, ne? Zur Sicherheit. Ich hab jetzt mal die Scharfschützen weggeschäppert. Nö. Ja. Passt hier unten, hier unten stehen welche. Ich seh mir das mal an. Ja, ich würde sagen, dass eine aktivieren geht und wir versuchen die von hier oben auch so ein bisschen zu scheppern. Die scheppern. Ja, ich hab ein bisschen schwarzen Arm, was soll ich denn sagen? Oh. Warte. Hundertschwere Sintesen. Skow, wo willst du denn hin? Willst du nicht zu mir? Ach so. Na, drum hast du nicht lange. Du hast doch bestimmt was mit bei. Scharfschützen hier wäre oder so. Oder so. Fest verriegelt. Gib mir ein bisschen Zeit. Na, das wird jetzt einen Spaß, ey. Guck mal, den Schaffen wir. Schüter gefallen. Guck mal. Er hat 10.000. So, mach das. Ja, ja. Die können uns ja nicht treffen. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon so gut gemacht. Oh, muss der sich gerade porten? Oh, schön. Keine Munition mehr. Fuck. 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 Die Schrauben hier sind. Die Schrauben hier sind. Ja, pass auf, aber auf, ne, wie gesagt. Hinter, äh, hinter, hinter dir, äh, hinter diesem Block da. Komm wieder zurück, komm wieder zurück, komm wieder zurück. Ich kann sie nicht lange aufhalten, ne. Boom. 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 Ah, noch innen Minuten. Meine Granate will ich wissen, vielleicht funktioniert es ja. Ah, es ist so, ja. Toll. Keine Munition. Okay, ist offen. Wir sollten los. Ne, na, würde er noch einsammeln, ne? Ein bisschen munitionsmäßig, ne? Wo ist er? Naja, die Munition und was da rumliegt, ne? Weil ich brauche Munition unbedingt. Ja, also wenn wir es schaffen durchzukommen, ohne jetzt den Dreck da unterwegs, das wäre nicht schlecht. Könntet ihr kurz warten? Ich weiß nicht, ob ihr warten könnt. Ach so, ihr seid da hinten auch. Weil ihr schon wieder aus meinem Bildschirm weg war. Sorry. Empfange gefallenen Signale. Sie stellen den Archonpriester wieder her. Wir müssen uns beeilen. So. Wurde sagen, wir fahren mit irgendeinem Sperus. Weil die sind irgendwann mal... Ja, ja. Wurde. 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 ne, ne nochmal weilen Ah, die Nase. Die Gefallenen in der Ischta-Senke auf der Venus haben wohl das Gefängnis der Alten im Riff geplündert. War ein Archon-Priester drin. Das Kopfgeld der Königin ist hoch, also ist er mächtig. Wir müssen ihn finden, bevor sie seine Seele wiederherstellen können. Sie werden die Seele des Archon-Priesters schnell wiederherstellen. Wir sollten schnell zu den Höhlen. Dich Madonna hat sich geplant. Die Gefallene bei einer Ausgabe am Anfang der Jooнемz Die, 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 die. Die. Die, die. und dann flächen flächen der flächenscharn ist so warte ich habe meine panzerfaust geladen ich schieße meinen cyber weggenommen ich kann ihn nicht treffen solange dein schutzschütter ist steh mal da abkappen so, weggetan so 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 oh die kleine blaue links bekommt ich finde eigentlich dämmerung finde ich eigentlich geil weil dann ist es mal richtig schwer hier hier im 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 Oh, ein Käpt'n mit 20.000 Fahnen, der gibt's kaputt. Hast du, schaffst du da unten, Flanger? Wir müssen da durch, ich seh mir das mal an. So wie es ausscheint, ja, der Geist quasi ist ja auch grad dumm. Fest verriegelt. Gib mir ein bisschen Zeit. Ja, die lösen jetzt auch. Ja. 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 Okay. Okay. Boom. Okay. Okay, ist offen. Wir sollten los. Na, wir müssen auseinander sein. Na ja, genau. So, dann ist mein Wahnsinn, wie das weg. Na, ich habe auch schon weh. Na, ich habe vorhin, äh, ich glaube, das weiß ich gar nicht. Empfange gefallenen Signale. Sie stellen den Archonpriester wieder her. Wir müssen uns beeilen. Ja. Ob wir uns kurz ihre Moskitos ausleihen dürfen? Siehst du welche? Ja. Du stehst auf den, du stehst auch mal auf den Gipfel da. Ne? Wo da so eine kleine Senke drin ist, ne? Langer, äh, Player, ne? Sehe die Minus. Minus sind weg. Was ist mit dem Kleinmüll? Achtung, da stehen noch... Da steht ja. Äh, pass auf, lange, unten ist es. Achtung, der mit den AOE, ne? Na, macht's echt nicht so an. Ne, scheiße, kommt's nicht hoch. Fuck, da liegt's ja von da um. Äh, wie machen wir das jetzt, äh, bei den, äh, Leute? Also, ich würde... Warte mal lange, bevor du da reinspringst. Ich würde... Jetzt überlegen, was wir machen können. Also, Ena muss hier in Schutz bleiben, dass wir uns wieder spawnen können. Ne. Wenn die runterspringt, fängt das Ding an, ne? Bisschen, ne? Also, ich komme hier oben rauf. Das ist das Geile. Aber weiter komme ich auch nicht. Äh, kehre um. Steht der ist bei mir. Oh, ich bin schon fast tot. Ja, also, erinnern muss... Äh, nicht runterspringen, nicht runterspringen. Dann kommst du nicht mehr hoch. Boah, dieser Captain, der hielt mir unten auf den Sack. Boah, der ist ja richtig. Ja, ich kann leider nicht runterspringen, weil ich kann euch nicht, äh, ich kann hier nicht wieder belinken, weil der, äh, der Captain so lange noch nicht weg ist. Komm, beeilt euch, beeilt euch. Ich mach mal hinten eine Bubble des Lichts, könnt ihr euch mal schnell Waffen des Lichts nehmen. So, dann geh ich, geh ich mit hoch, äh, zu Skow, ne? Oh, scheiße, ich komme da unten. Oh, scheiße, ich komme da unten. dann spring runter wenn du Schaden kriegst Peter gefallen ne ne ich lebe noch ich stege hoch die sind noch die machen zu der Captain hinten du bist unsere Lebensversicherung was macht er nach dem Mittag hat doch keiner gedacht ich muss noch den Klemmüll killen Skow pass hinten da hinten dann auf die Snipers auf da hinten ja in drinnen in der Höhle stepp äh ne bleb geh mal weg da ist ein Captain ja stimmt ja dann weiß ich nicht jetzt mal schnell Munition sammeln eine Zelle aus dem Gefängnis der Alten der Archonpriester ist noch dort na der aktiviert sie automatisch wenn ich mich irre sicher dass das eine gute Idee ist ja ich bin schon dabei so Captain ist draußen äh der Archonpriester ja ja der pfeffert der pfeffert oh der macht die Charne der macht die Charne der macht auch die Charne oh ist das warte mal ich hab Bubbles mach mal Waffen mit ihm wo bist du Zange wo bist du ich mach du hast Spaß Was ist das? Ja, sehr vorsichtig, ich glaube. Als ich meine Waffenbezüge suche, ist das auch schon leider gegangen. Könnte ich mir nochmal irgendwo beraten? Ach, Dunkel. Wie ist denn der? Siehst du den? Geh runter, dann. Ja, dann bist du danach, dann mache ich, dann gehe ich da runter. Ich habe auch noch welche. Der ist da um eine Ecke. Der ist da um eine Ecke. So, dann geh weg wieder. Dann versuchen, irgendwie rauszulocken mit der Knarre oder so. Pass auf, dass du nicht runterfällst. So, dann. Ja, ich gehe jetzt nicht weg. Ich habe gerade vorgeladen. Ja. Wo ist denn der denn jetzt? Ah, hier ist so viel Klemmüll, aber ich... Ich sehe den nicht. Muss man den Klemmüll wegkillen. Ich sehe den nicht weg. Hey, schieb ich dir nicht. Der Pee ist gesicht. Ah, hier ist dein Block. Ah, hier ist so viel gegen B Milner恐端. Siehst du den, Scoop? Dieserner Monster, ist sogarống!!! Jetzt kommt dann schiffen auf hier. Das weh sogar! Alter, krasse... Gehst du? Lange? Jo, dann... ähm... Ich hab Bazooka, komm mal runter, Lange! Wo geht der da? Ah, der steht... ne... Achso, hier unten ist das ein Käpt'n. Wo ist der hier jetzt weg? Musik Ich geh mal hoch... zesco Ich schieß jetzt mal die sniper da hinten weg Ah ne, wo sind die? Was? Wo ist der? Wo ist der Scheiß Käpt'n? Ja, wo ist denn der? Ich schieße doch die Anträge auf den. Ah, da unten rennt er, oder? Nee. Nee, das ist ein Käpt'n gewesen nur. So, der Käpt'n ist unten erstmal tot. Naja, das Problem ist, einer muss den Safe drehen, ne? Stuck'n bitte nicht. Äh? Ich gebe dir Vorwut Bescheid, dass der Arme... Ich mach' schnell alles einhören. Wieder einen gefallenen Archon weniger. Gut. Aber wenn die Gefallenen das Gefängnis der Alten gefunden haben, kommen solche Überfälle sicher häufiger vor. Ist der nicht fein gelassen, der Sack? Heute feiern wir. Jetzt bin ichhr gespannt. Nichts? Oh, neööööööööööö Ey, was ist das?! Ja, also echt.